Von draußen drei Punkte und auch da die Faust von Jan Rodewald zusammen mit seinem Bruder Götz. Rodewald an den Reingekommen, vorher in der zweiten Liga gespielt, in Bramsche und auch in Dortmund einmal. Schöne Verteidigung, ja das klappt wirklich ziemlich gut bei den Bonnern. Kletchewitsch mit den Händen dazwischen und hat man schon gesehen, wie er nach vorne dribbeln kann. Zwei Meter sechs groß, unglaubliche Bewegung hat er dabei. Bin gespannt, wen sie jetzt suchen. Den Spieler, der heiß gelaufen ist vielleicht durch den Dreier gerade, Rodewald. Da muss er nehmen, völlig frei und zum Glück steht da Schulze unter dem Korb. Zur Zeit ein gutes Gefühl fürs Spiel, sich sofort unter dem Korb positioniert. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 1, hey! Ken Scalabroni, sicherlich auch beeindruckt von der Kulisse hier. La Ola in der Hartberghalle. Aber er kann nicht klagen, auch die Bamberger Fans sind ja ein klasse Publikum. Offensivfoul jetzt von Gunter Benck und da muss er von seinen Mitspielern zurückgehalten werden, denn sonst gibt es gleich ein technisches Foul gegen ihn. Er ist zugegebenermaßen nicht unbedingt der Mittelpunkt der Offensive bei Bonn, aber in der Defense. Ein unglaublich wichtiger Mann für Rebounds, für Blocks, überhaupt für Präsenz in der Zone. Ja und jetzt wieder ausgewechselt. Der Telekom-Maske ist außer Städig, Gunter Benck im Spielraum. Stinksauer ist er. Vierte Foul und wie schon erwähnt in der ersten Halbzeit, Foulprobleme, das ist kein neues Thema bei Gunter Benck. Die Welt! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Die Welt! Schöner Korb von Derek Phelps. Mich wundert sowieso, dass der mich viel häufiger zum Korb zieht. Denn er ist nun mal unglaublich schnell und die Bonner haben bisher immer nur einen Gegenspieler gegen ihn gestellt. Also dieses 1 gegen 1 wollten sie ja unterbinden von Phelps, aber er versucht es überhaupt nicht. Oh, weit draußen da, Sebastia Machowski. Zum Glück Gelecic beim Rebound tippen. Wie wichtig ist dieser Spieler? Silica Gelecic, der kroatische Nationalspieler. Da ist ein eigener Fehlwurf. Silica Gelecic wird von ihm mit tippen. Silica Gelecic! Widerführung für Bonn. Silica Gelecic! Ein bisschen geschoben da beim Rebound, meine ich aber. Silica Gelecic! 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 So, Per war es wieder mit dabei. Sie erinnern sich, der Mann mit dem lebierten Rücken, obwohl nach Auskunft des Physiotherapeuten bei Telekom Bonn ist es eindeutig auf dem Weg der Besserung. Foul gegen Switek. CTL Bamberg Nummer 14, Stefan Switek, der wird es faul. Zweitbester Schütze bei Bamberg. Stefan Switek mit 10 Punkten. Ohne Respekt geht er in die Zone. Jan Rodewald wird aber auch dementsprechend Weckerblock und Glück für Telekom Bonn, dass sie da in Ballbesitz bleiben. Schöner Block von Jens Uwe Gorn und dann ja guter Einsatz vom Achter von Mike Ciballa. Mit dem Spiel jetzt ein Amerikaner, der allerdings recht wenig Spielzeit normalerweise bekommt. Ein solcher Situation im Ballbesitz zu bleiben, das ist so unglaublich wichtig in einem engen, in einem umkämpften Spiel. Der Ball war eigentlich schon weg nach dem Fehlwurf von Kieletschewitsch, aber aufgrund ihrer guten Basketballgrundschule immer in irgendeiner Form versuchen, den Arm, die Hände an den Ball zu kriegen nach dem Fehlwurf. Bleiben Sie jetzt im Ballbesitz. Das sind so Kleinigkeiten, aber die machen oftmals einen Unterschied aus. Schöne Hilfe da in der Defensive gegen Jens Uwe Gorn, der sich nicht den ersten Mitspieler durchsetzt, Gegenspieler durchsetzen konnte, aber der zweite war dann zu viel. Ein Hinweis auf unsere Senderung, 22 Uhr, nicht vergessen, Finish, das abschließende WSF-Studio. Mit Beiträgen ganz klar vom Fußball, vom Sonntagsspiel, Hamburg gegen Rostock, aus der Bundesliga. Die Welt! 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 Ja, wenn die Bamberger draußen den Ball bekommen, die drei Punkte schützen, Zvitek allen voran, dann stehen sie ganz dicht auf den Füßen der Bamberger. Wir haben ihre Aufstellung jetzt etwas vergrößert, die Bamberger mit der Elf, Norman Frömel, ihr größter Spieler mit 2'13, aber der kommt gerade erst von einer Rückenoperation zurück, der ist noch nicht wieder hundertprozentig hergestellt. Deswegen auch hier beim Rebound den Nachteil gegenüber Mike Cipan. Klaus Pervas, der Feldherr von der Harthöhe, nennen sie ihn, weil er so unterkühlt, so lässig die Angriffe vorträgt. Aber er hat das Team in die 1. Liga geführt, das kann man ruhig sagen. Früher Osnabrück gespielt, Klaus Pervas auch schon Nationalmannschaft gespielt. Exzellenter Basketballer. Schöner Korb, Diniša Keličević. Diniša Keličević. 18 Punkte für den Kroaten. Diniša Keličević. Diniša Keličević. Was sie nicht einkalkuliert haben, sind ihre entsetzlich vielen Ballverluste. Das muss allmählich aufhören. 12 Ballverluste. Die Fans treiben ihre Mannschaft zu diesem so wichtigen Sieg. Elf Siege haben sie ja bis jetzt. Schon enorm viel für einen Aufsteiger. Normalerweise hätte er das dicke Gerard, das reicht für die Playoffs in vergangenen Spielzeiten. Aber in diesem Jahr ist halt alles anders. Da braucht man sogar 12 Siege, um in die Playoffs zu kommen. Offensivfoul hier von Roschnavski. Und das ist die Auszeit. Wir sind gleich wieder zurück. Telekom-Chef Ron Sommer als Ehrengast heute mit seinen beiden Söhnen und mit einigen Bodyguards hier angerauscht. Da waren die offiziellen von Telekom Basketbond natürlich ziemlich aufgeregt, dass der Chef vom Sponsor kommt. Erstmalig in dieser Saison. Und die Cheerleader, die im Übrigen eine hervorragende Halbzeitvorstellung mir abgeliefert haben. Temporeich, schmissig, also auch während der Pause eine tolle Stimmung in dieser wunderschönen Basketballhalle, die wirklich mit zum Besten gehört, was wir im Basketball-Bundesleergeschäft in Deutschland haben. Mehr solcher Hallen, mehr solcher Fans braucht das Land. Klaus Pervas für die Bonner. Klaus Pervas für die Bonner. Also jetzt fast mit drei Guards die Bonner, aber Keletzevic ist der Mann für die Punkte. Kleine Aufstellung bei Bonn mit Rodewald, mit Pervas, mit Taylor, mit den doch recht kleinen Mike Cibala. und Keletzevic sozusagen als Center. Wie gesagt, er kann alle fünf Positionen eigentlich spielen. Hier noch einmal hier das Foul von Taylor an Derek Phelps. Einwurfseite Bruno Roschnavski für den TTL. Sieben Punkte Führung für Bonn. Und von draußen kommt wenig. Klitek, zweiter Versuch hintereinander, zweiter Fehler. Noch einmal Rebound vom Bamberg durch Gordon und das Foulspiel. Achtung, erhitzte Gemüter, Pervas Gordon. Also wenn die Bamberger ohne ihren Center, Ted Jeffries, fehlt ihm die Anspielstation in der Mitte. Ohne das Händchen von draußen. Vier von 14 drei Punkte wirft. Achtundzwanzig Prozent. Also da darf man sich nicht wundern, dass der sieben Minuten vor Ende dieses Spiels magere 45 Zähler bisher auf der Bamberger Seite zu verbuchen sind. Und die Defense der Bonner lässt nicht nach. Kräfte raubend, aber sehr intensiv. Lieber ein Foul, statt eine gute Wurfposition oder gar leichte Körbe zuzulassen. Fouls bei Bonn. Taylor hier mit seinem vierten Foul. Bing hat vier Fouls. Mach auf die drei. Die Poster nutzen nichts mehr. Von den Fans aus Bonn. Derrick Phelps. Macht beide rein. Aber er spielt weiter. Eric Taylor mit vier Fouls. Also es bleibt bei der kleinen Aufstellung der Bonner. Schauen Sie mal hin. Da ist Taylor. Pervas als Spielaufbauer. Und eben auch der junge Jan Rodewald hier mit der Zehn. Drei Garts. Und für die Rebound-Arbeit, für das schmutzige Geschäft unter dem Kopf. Da ist der Amerikaner Mike Cibala zuständig. Spielt eigentlich ganz gut. Vorher immer so rumgehört. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. So häufig in dieser Saison. Wie spielt der denn? Und die meisten sagten, naja, also so lala. Aber holt hier wichtige Rebounds. Jetzt nimmt er einen runter. Eric Taylor also mit vier Fouls. Auf der Bank. Sebastian Machowski mit im Spiel. 54, 47. Und so ganz allmählich habe ich das Gefühl, dass den Bambergern hier die Luft ausgeht. Mit ihrem Minikader. Und sie müssen einfach zu viel wetzen in der Defense. Immer wieder wechseln die Bonner da die Position mit ihrer kleinen Aufstellung. Und Bamberg ist, ich sag einmal einfach, nicht besonders fit derzeit. Viele Fehler in der Offensive. Denn auch solche Sachen wie Ballverluste, leichte Fehler im Spielaufbau, resultieren ja sehr häufig aus einer mangelnden Kondition aus Nachlässigkeit. Phelps zum Korb. Ärgert sich. Hätte eigentlich machen müssen, wäre die Chance zum Drei-Punkte-Spiel gewesen. Der erste Sitz für den College-Champion. Derrick Phelps ist damals in den USA College-Meister geworden mit North Carolina. Zusammen mit Henrik Rödel, dem Berliner. Ist auch schon ein paar Jahre her mittlerweile. Aber für jeden Basketballer in den USA wird das Größte, was es überhaupt gibt, Meister zu werden mit seinem College. Schön abgelegt. Schade wären zwei Punkte wert gewesen. Dann Foulspiel von Jibala beim Rebound an Jens Hofe Gordon. So, mittlerweile dürfen wir auch über dem Limit sein in der zweiten Halbzeit. So ist es auch. Es gibt Freiwürfe jetzt für Jens Hofe Gordon. Tja, da kann man auch als kleiner Fan beim Basketball nicht immer hinschauen, wenn dieses Gelatsche übers ganze Spielfeld ansteht. Von einem Kopf zum anderen. Nach diesen Mannschafts-Fauls halt, wo es nach jedem Foul-Freiwürfe gibt. Das lähmt halt so ein Spiel ziemlich häufig. Und ich weiß, die Damen und Herren vom DBB werden sagen, jetzt sagt er das schon wieder. Das sagt er jedes Mal. Tue ich auch. Bis die Regel geändert wird. Sag ich das bei jedem Spiel. Mehr Tempo. Gerade auch in solchen spannenden Phasen. Dann gehen die übers ganze Feld für zwei Freiwürfe. So, jetzt wieder Ruhe. Fünf Minuten vor dem Ende. Bonn führt mit drei. Oh, Airball. Das nimmt natürlich Selbstvertrauen. Da zittert das Händchen. Jan Rodewald. Und Foulspiel von Bruno Ruschnowski. Und jetzt dreht er gleich. Durch und ändert es gelassen. Bei der ersten Halbzeit ja schon so schlecht auf die Schiedsrichter zu sprechen. Jetzt ist er vor allen Dingen sauer, dass es sein fünftes Foul ist. So ist es richtig. Bruno darf also auf die Back. Und die Fans winken ihm auf Wiedersehen. Ja, goodbye, mein Junge. Ein wichtiger Spieler bei den Bambergern. Ein Allrounder nämlich. Und gerade in einem Team, was so mit einem 7-, 8-Mann-Kader hier ist, da braucht man einen Allrounder wie Roschnowski, den man mal auf die 3, auf die 4 und auch auf die 5 stellen kann. Jetzt ist Schluss. Die Roschnatz. Die Roschnatz. Die Roschnatz. Die Roschnatz. Die Roschnatz. Schöner Korb von Sebastian Machowski. Der gefällt mir richtig gut heute. 13 Punkte von Machowski. Und auch eine gute Wurfauswahl. Keine überhasteten Würfel so mal hier, wenn er mal glaubt, freizustellen, sondern der zieht zum Korb, nimmt intelligente Würfel. Jetzt allerdings im Gegenzug. Haben sie mich überrumpelt, die Bamberger. Ging ganz schnell. Von ihrem Besten. Von ihrem eindeutig Besten. Von Jentu begonnen. Schönes Anspiel. Und dann der Block von Zvitek. Na, musste er nicht zählen. Aber dafür war es so schön anzuschauen, dieser Block. Ja, Kalitschewicz steht schon beim Referee und will, dass der Korb zählt, weil er den höchsten Punkt der Flugkurve überschritten hat. Ein Blick. Ja, muss zählen. Der Ball ist am Brett und dann darf er eh nicht mehr geblockt werden. Er darf dann wieder weggeschlagen werden, wenn der Ball auf dem Ring ist. Also so ist es jedenfalls in der NBA. Wenn der Ball am Brett ist, darf man den nicht mehr blocken. Dann ist es automatisch Goaltending. Und so ist es auch in der deutschen Runde. Mit vier Fouls, drei Punkte, Eric Taylor. Jetzt fängt er an zu treffen. Von draußen. Kann sich keinen besseren Moment aussuchen als drei Minuten vor dem Ende. Drei Punkte vor und dann der Dreier. Sechs Punkte vor. Ganz wichtiger Korb von Eric Taylor. Und ein interessanter Schachzug von Bruno Sochi, dass er Taylor in dieser Phase bringt mit vier Fouls. Hat gemerkt, der Junge hat noch was drauf. Wer kriegt das Bällchen? Bamberg bekommt es. Kollektive Aufregung bei den Bonnern. Aber Eric Taylor nimmt es so, wie man es nehmen sollte. Cool. Ja, da war der Ball auf der Glatze von Jens Uwe Gordon. Also eigentlich schon Ballweiß. Defend! 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 Was gut klappt bei Bonn. Die Dreierschützen haben sie bisher rausgenommen. Hier, jetzt mal wieder einer der wenigen Versuche in der zweiten Halbzeit von Schulze. Foulspiel. Von Mike Dybala das fünfte Foul. Gut gearbeitet. Das ist wirklich etwas entwicklungsfähiges Spieler. Hoppla! Einmal gegen die Bande gebrettert. Hoffentlich war da nicht das Zeichen vom Hauptsponsor drauf. Dann gibt es Schelte von Onkel Ron. Ja, der war in der zweiten Halbzeit noch nicht an der Freiburflinie. Herr Stefan Zwittig, der kennt die Poster noch nicht. Bei dem Bonnerfeld. Machen die 1-Zinova hier, die dreieinhalbtausend. Aber Zwittig. So wie er Basketball spielt, lässig und cool an der Linie. Noch längst nicht gelaufen, das Ding. 59, 54. Ganz klar, jetzt suchen sie ihren Besten. Suchen sie Kletziewicz. Aber Taylor sieht die Lücke in der Zone. Das kann er wirklich gut. Dann fehlt ein bisschen Schwung noch beim Koppleger. Fastbreak Chance für Bamberg. Abgeschlossen von Larkio. Der Hopp ist ja überhaupt nicht in Erscheinung getrieben. Er versucht es, finde ich es davon zu. Mal, der Sven Schulze. Und Foulspiel von Derrick Phelps. Foulspiel von Derrick Phelps. Das heißt, er hat jetzt 2 Voraussetzungen in der Reihe vertan. Da dachte ich, er hätte schon 5, aber nee. Das war nur Schnafki, die 13, die 12 darf noch bleiben. Wir gehen nicht wieder auf die andere Seite des Basketballfeldes. Umdrehen das Mädel. Die will bestimmt ein bisschen was vom Spiel sehen. Aber wenn die Fans nicht wehren, dann wäre so ein Wandel übers Parkett noch sehr viel langweiliger als er eh schon ist. Jetzt sind sie angekommen. Machowski darf werfen. 2,23 vor dem Ende. Sechs Punkte Führung. So ganz allmählich könnte man an die Playoffs denken. So ganz allmählich. Das ist 1,2 boats. Defekt! Defekt! like Heel Hz schwitzen hat es gereicht wir gucken noch mal ob es faul war ja war wohl 1 weil klingel hat die hat geholfen und das spiel unterbrochen an der freiburg linie jens ove gordon mit der chance zu seinem 21 gehört zu den besseren freiburg schützen heute sieben von neun hat er bisher verwandelt 11 rebounds und 22 punkte bisher vom besten bernberg zwei minuten fünf punkte vor noch zwei minuten bis zu den playoff dann gibt es denke mal von ron sommer ein paar freieinheiten für die spieler zählt zwei punkte arbeit kramer 63 56 es ist keinen mehr auf den sitzern hier alle manchen aufgestrungen feuern ihr team vor allem auch in der tiefen an weil sie wissen das ist unsere stärke und die dammberger jetzt nehmen sie noch einmal die auszeit kämpfe lebroni gerade am anschreiben tisch aber wir hören trotzdem mal lieber an die bonner ecke rein welche maxime jetzt gilt beim team von bruno sochevia sein team jetzt in die letzten die schwierigen sekunden dieses spiels schicken wird jungs 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 wir müssen jetzt treffen wir müssen helfen okay erste treffen danach eine zwei spielen zwei kein foul jetzt sofort das ist und danach danach sie werden spielen auswahl so und danach passen auch diese position bitte zentrum absenken sie diese spieler unsere müssen absenken sich und helfen okay sie dürfen nicht dreier schießen okay der wichtigste satz viel zuletzt sie dürfen keine dreier schießen in der tat bei einem sieben punkte rückstand dürfen wir davon ausgehen dass das bei bamberg das einzige mittel ist was noch helfen könnte aber sie haben bisher eine quote von 26 prozent die bamberger von der drei punkte linie besonders enttäuschend da larkio der finne der es überhaupt nur dreimal versucht hat bei einem treffer zwitek zwei von sieben roschnafti null von drei also da hebt sich keiner sonderlich hervor vor ein wurf weiß ah das sind so wichtige situation so kleinigkeiten einfach nur den ball an des gegners das bein gespielt ins aus ein wurf bonn clever gemacht von eric taylor und deswegen spielt er auch obwohl er vierfalls hat aber klar jetzt die letzte minute alle mann an bord alles was laufen kann es geht um die play-offs und die bonner haben das auch alles fleißig durchgerechnet es gibt da ja elendig viele konstellationen weil ja halt noch die braunschweiger mitspielen im kampf um den playoffplatz oder auch oberelsingen aber unter ihrer internetadresse im übrigen www.telekombasketsbon.de da haben sie alles ausgerechnet alle möglichen konstellationen für den fall der fälle und auch alle konstellationen die krafttreten können jetzt wenn die bonner dieses spiel gewinnen und die gegner gießen oberelsingen herten ulm und braunschweig die also noch ebenfalls in die playoff teilnahme kämpfen Platz 8 ist ihnen auf jeden fall sicher mit einem sieg heute wenn sie nächste woche noch in berlin gewinnen dann können sie noch siebter werden aber das ist eigentlich eher unwahrscheinlich obwohl die berliner müssen am donnerstag gegen barcelona spielen dann nächste woche dienstagnach barcelona zum rückspiel auch bei uns gleich im dsf die werden vielleicht am sonntag nicht volle pulle gehen gegen telekom bonn 30 sekunden noch und die fans freuen sich dass diese saison für sie noch nicht beendet ist erstmal dürfen sie nächste woche mit nach berlin fahren da gibt es ein tolles angebot hier vom fanclub für 99 mark mit sans souci und frühstück inbegriffen da werden vielleicht einige von den hardcore fans mit auf den weg an die spree machen tja und dann wenn sie dann achter werden dann gibt es alarm dann kommt berlin oder wenn sie siebter werden dann gibt es alarm hoch 10 dann geht es gegen rhöndorf und dann rennt der rein rein in flammen gibt es doch auch einmal im jahr dieses tolle schauspiel das gibt es dann halt im basketball doppelt zu sehen so die letzten sekunden werden bestimmt von taktischen faust der bamberger um die uhr anzuhalten aber das wird ihnen nichts mehr nutzen denn acht punkte vor 67 59 da ist alles genau ja da klatscht der chef verhaltener beifall von ron sommer aber seine söhne werden ihm schon gesagt haben was hier für eine atmosphäre herrscht in der halle neun punkte vorsprung 16 sekunden vor dem ende party time in bonn das wichtigste spiel in den letzten wochen auf jeden fall für die rheinländer gegen backberg bringt sie den aufsteiger in die playoffs und wie vakant die situation ist kann man sich folgendermaßen ausrechnen angenommen die bonner hätten heute verloren und dann auch das ja wahrscheinliche spiel in berlin dann auch verloren was man am ehesten einkalkulieren muss dann werden sie nicht in die playoffs kommen also auf gar keinen fall egal wie die anderen alle gespielt hätten weil dann hätten die anderen auf jeden fall mehr punkte und der bessere direkte vergleich hätte dann auch nichts mehr genutzt jetzt darf der beste spieler bei bonn noch die letzten punkte machen 71 zu 59 durch gelebt der 23 punkte erzielt hat also feierstimmung freibier und freieinheiten gibt es für bonn nach dem sieg gegen bamberg der playoffplatz ist sicher und wir sind gleich zurück auf der hartberghöhre der stimmung im bonn nach dem 71 zu 59 es gibt allerdings noch einen ganz kleinen wermutstropfen also wir haben jetzt hier in aller stelle mein redakteur marcus grafing und ich nochmal durchgerechnet es gibt doch noch eine chance dass die nicht in die playoffs kommen aber das ist alles sehr unwahrscheinlich hier sind die ganzen zettel von den bonner fans aus dem internet und die haben alles wirklich durchgerechnet natürlich die eine konstellation die noch in frage kommen könnte dass bonn nicht in die playoffs kommt die haben sie nicht aufgeführt also es ist sehr sicher dass die bonner in den playoffs sind weil sie im direkten vergleich besser sind als ihre konkurrenten wir gucken mal einfach auf die tabelle wie wird das verdeutlicht vorne ist aber alles klar es gibt ja noch ein spiel sagt alberberlin ist auf jeden fall erster röndorf auf jeden fall zweiter Trier auf jeden fall dritter Leverkusen vor Bamberg Oberelchingen und Ulm und jetzt achten sie mal bitte Oberelchingen 26 24 Punkte Ulm 26 24 und jetzt kommt Bonn mit 24 zu 26 und sie haben den besseren direkten Vergleich als die Braunschweiger das ist schon mal ganz wichtig also das ist überhaupt das A und O dass man die Braunschweiger bei Punktegleichheit jetzt hinter sich lassen kann die Braunschweiger spielen nächste Woche noch gegen Herden also da kann noch eine gewisse Gefahr von ausgeht aber man will eben hat eben die Hoffnung dass die Ulmer in Ludwigsburg noch Punkte abgeben oder die Gießener die auch ne pardon die Oberelchinger die vor ihnen stehen so war es Oberelchingen und da ist man im direkten Vergleich auch besser also die Chancen sind recht gut dass man diesen achten Platz noch behält und dann in die Playoffs einziehen kann so noch der Hinweis dass es mit uns in der Bundesliga weitergeht am nächsten Sonntag Austria gegen Leverkusen und natürlich nicht vergessen am Donnerstag bitte dabei sein wenn Alba Berlin spielt gegen den FC Barcelona um 20.15 Uhr das Highlight des Jahres möchte ich mal sagen aus deutscher Basis zum ersten Mal ein Team in den Playoffs dabei da sollten wir es unterstützen und für alle NBA-Fans gibt es heute Abend noch ein Leckerwissen um 23.15 Uhr die Partie der Indiana Facers gegen die Los Angeles Stakers eine minimale Zeit versetzte Partie also fast live richtig sagen beim Spiel der Woche das war's auf Bonn es hat riesen Spaß gemacht es war super spannend hier und ich denke mal es war für die Bonner der Schritt in die Playoffs das war's Ciao von au Bis bald